Ich bin Vice President Supply Chain bei Grenzebach und verantworte die Bereiche Einkauf, Logistik und Planung. Grenzebach ist ein klassischer Maschinen- und Anlagenbauer. Man kennt das Sinnbild eines Getriebes für ein Unternehmen und wie bei einem Getriebe müssen bei uns alle Rädchen ineinander greifen. Die Herausforderung ist, diese Ressourcen, also die Mitarbeiterkapazität und auch die Materialverfügbarkeit zu synchronisieren. Das heißt, dass ich beides in der gleichen Zeit auch tatsächlich an der Stelle verfügbar habe, wo ich es brauche. Der Maschinen- und Anlagenbauer hat heute eine Komplexität, der es erforderlich macht, Software-gestützt zu planen. Unter diesen Voraussetzungen war für uns die Einführung einer Software wie der Valantik WaySuite absolut erforderlich. Meine Hauptaufgabe ist es, eine Organisation aufzustellen, die unter optimalem Ressourceneinsatz unsere Kunden zufriedenstellt. Wenn es darum geht, einen Liefertermin zu ermitteln, dann muss klar sein, wie können wir diesen Liefertermin erreichen. Wir hatten früher auch schon einen zentralen Planungsansatz, haben dabei aber nie die Materialverfügbarkeit und auch nicht den Abarbeitungsgraden berücksichtigt. Das heißt, wir hatten keine konkrete Rückmeldung, wo ist aktuell der Stand in unserem Projekt. Für uns war es wichtig, dass wir datenbankbasiert unsere ganzheitlichen Prozesse auch darstellen können, gewisse Transparenz in diesen Projekten aber auch bekommen, um frühzeitiger auf Engpässe und Materialfehlteile reagieren zu können. Wir haben Valantik beauftragt, nicht nur die Software einzuführen, sondern gepaart mit einer Prozessberatung. Das heißt, wir haben erstmal unsere Ist-Prozesse aufgenommen, haben dabei aber diverse Störgrößen identifiziert. Und dann haben wir zusammen mit Valantik einen neuen Prozess entwickelt und den dann zusammen mit der Software ausgerollt. Wir setzen die WaySuite mit den Modulen WayPro, WayRTS und WayMES bei uns ein, wobei schon das Hauptaugenmerk auf der WayPro lag, einfach diese ganzheitliche Projektplanung von der Konstruktion bis zur Innenbetriebnahme von einem Gesamtprojekt. Und da sind wir sehr zufrieden und nutzen auch die weiteren Funktionalitäten für die Fertigung. Die Valantik WaySuite hat uns sehr geholfen, die Transparenz im gesamten Auftragsprozess zu erhöhen, mit einer sehr guten Übersichtlichkeit über Projektdurchläufe, Fehlteile, aber auch über Auslastungen. Sie uns hilft, frühzeitig Anpassungen an Projekten vorzunehmen. Mit der WaySuite kann ich innerhalb eines Klicks ein neues Szenario anlegen, kann simulieren, was wäre wenn und sehe sofort die Ergebnisse. Und es ist sofort produktiv. Wir haben Valantik wirklich als Partner schätzen gelernt und sind gerade dabei, eine neue Version auszurollen und versprechen uns da auch wieder einige Vorteile von den neuen Features.